Hallöchen ihr, der Nalef hier und willkommen zurück in Fallout Shelter zu einer weiteren neuen Quest, die da heißt The Scorpion King und meine Aufgabe ist es, ja, Earl zu finden. So, natürlich hat sich der Idiotentrupp aus dem Chaos Bunker wieder zu breit erklärt und ich bin gespannt, wer Earl ist. Und ich vermute mal, ich werde es mit einer riesen Menge Scorpion zu tun bekommen, denn diese werden hier anscheinend gezüchtet. Oh Gott, und da ist auch schon direkt das erste Viech. Okay. Ja, das Ganze nur hier mit Laserpistolen. Ich habe keine Ahnung, irgendwas. Genau, konnten die, glaube ich, Special Move mäßig, diese großen Scorpione. Okay, der liebe Nalef brauchen Spritzchen. Töte den leuchtenden Rat Scorpion. Okay, es sind also mehrere Aufgaben. Optional, okay. Ähm, ein Flammenwerfer, okay. Dann würde ich mal sagen, bekommt ihr beiden auch nochmal was. Und weiter geht's. Earl, zahlt mir für diesen Mist nicht genug. Tja. Hättest du besser mal was gelernt, ne? Ach du Gott. Jede Menge Raider, das geht gut los. So. Sehr schön, lieber Nack. Wunderbar. Okay, ein Gewehrchen. Und jede Menge Kronkorken. Okay, schon 1100, das ist gut für den Anfang. Jawohl. Rauten um. Sehr schön. Ein Maschinengewehr. Kamera. Und ein Outfit, okay. Oh Gott, ich vermute mal, das wird hier so ein Durchgeschlängel. Okay, mal gucken. Noch mehr Skorpione. Okay, dann. Ein Fünfer-Krit wäre schön. Jawohl. Sehr gut, lieber Mau. Wunderbar. So. Und dann systematisch runterklopfen. geht am schnellsten und ist am gesündesten. Okay. So, noch mehr Raider. Die Leibwachen vom lieben Mau. Aber bringt ihm nicht wirklich was. Okay, den Krit hebe ich mir auf. Das lohnt jetzt nicht, den zu verheizen. So. Stimpaks. Sehr gut. Ein Ranzeteddy. So. Okay. Weiter geht's. Hallo, Leute. Man nennt mich Rad-Skorpion-Earl. Okay. Jedenfalls früher, bis ihr mein Geschäft kaputt gemacht habt. Wisst ihr, wie viel ich für dieses Gift bekommen kann? Und jetzt auf Jahre hinaus gar nichts. Dank euch. Äh, du wurdest ausgestochen. Verkauft dein Gift sonst wo. Mistfink. Die Scheren der Justiz haben dich erwischt. Oh, das ist ein schöner Satz. Probier's mal mit einem anderen Job. Vielleicht als Bauer. Ich finde hier diesen Justiz- Satz. Die Scheren der Justiz haben dich erwischt. Passt. Wunderbar. Was soll das überhaupt heißen? Verschwindet. Ich gebe euch was dafür. Echt? Kronkörkchen. Okay, das war's schon. War recht kurz. Okay. Gut, dann würde ich sagen, erkunde ich noch den Rest hier vom Bunker. So, noch mehr Skorpione. Wunderbar. So, und jawohl. Sehr schön. Dann hier drauf und du da drauf. Na komm, sehr gut. So, anscheinend mogelt sich das hier runter noch. Eine Raider-Rüstung. Okay. Und noch mehr Kronkorken. So. Echt auf engstem Raum? Okay. Wunderbar, lieber Nack. Sehr gut. Und der MAU drückt auch noch mal rein. Sehr schön. Na komm. Sehr gut. Ein Militäranzug und ein Mikroskop. So, was ist hier unten im Raum? noch mehr Skorpione. Okay. So, dann würde ich mal sagen, geht ihr alle erst mal auf den hier. Sehr schön. Okay, und dann heißt es nur noch die obere Etage säubern. Jawohl. Oh, ein legendärer Bauplan. Sehr schön für die Rüstung. Sehr cool. Da bin ich immer gespannt, ob ich den schon hab oder ob mir den noch fehlt. Auf jeden Fall, es lohnt sich immer, alles zu erkunden hier. Okay, dann rein geht's. Erst haben wir es mit Spinnentieren und dann mit Vault-Typen zu tun. Mieser Job. Ja, das glaube ich gern. Dann lieber die Spinnviecher, ha? So, okay, du kriegst ein Stimpack. Okay, wunderbar. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zwei Stimpacks, ein bisschen Kleber und eine Robe. Okay. Noch mehr Skorpion. Okay. So, dann dich noch. Okay, er hat gelangt. So, ich frag mich, warum mir ein Haustier fehlt. Muss ich später mal gucken. einmal Plänchen und eine Waffe und die letzten beiden Räume. Und wie soll's anders sein? Nochmal Skorpionchen. Wunderbar. auf den da. Sehr schön. Und dann noch den vorderen. So, ein Strahlenschutzanzug. und nochmal Kronenkorken. So, und zuletzt noch ein Kleber. Wunderbar. Dann werdet ihr noch vollgeheilt. Und dann war's das auch schon gewesen. Zurück zum Vault. Jawohl. Rezept für ein legendäres Outfit. 7300 Kronenkorken. Das läuft doch. Wunderbar. Dann, wie immer an der Stelle, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Ja, bei welcher Quest auch immer. Ja, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.